Neuer russischer Raketenterror in der ukrainischen Hauptstadt Kiew zum dritten Mal innerhalb von fünf Tagen. Der ukrainische Außenminister Kuleba postete ein Video, in dem Kinder eines Kindergartens um ihr Leben rennen. Die Explosionen, die wir hören, sie stammen von der Flugabwehr, die die Geschosse über Kiew abfing. Trümmerteile aber stürzten auf Wohnhäuser. Bürgermeister Vitali Kitschko war am Ort des Einschlages, wo fünf Menschen verletzt wurden. Der Chef der Kiewer Militärverwaltung teilte mit, Russland habe von der besetzten Halbinsel Krim aus zwei ballistische Raketen auf die Hauptstadt abgefeuert. Noch mehr News, die gibt es bei unserem Nachrichtensenderwelt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wir sind bei der Tools für die Aufmerksamkeit. Dann gebt alles in der Sssehe. Und wenn ihr hier mit der Kiewer sind,, dann gebt alles in der Kiewer und dreht alles in der Kiewer. Dann gehen Sie nach.